Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Seminar Barrierefreie Kommunikation, heute bei allerschönstem Wetter. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute nicht nur das Thema schwere, leichte Sprache näher bringen kann, sondern Ihnen gleichzeitig auch eine neue Audiotranskription vorstellen darf, die ich in der Beschreibung unter diesem Video verlinke und für die ich nochmal ganz herzlich Gudrun Kellermann danken mag, die den Tipp auf Twitter verbreitet hat. Ich bin der Meinung, dass diese Audiotranskription etwas besser funktioniert als die bisher verwendete Google API. Das allein schon aus dem Grund, da sich diese Transkriptionssoftware bemüht, Satzzeichen adäquat zu setzen. Zur schweren, leichten Sprache. Was hat es damit auf sich? Ich würde heute sehr gerne den thematischen Input für das Seminar Ihnen kurz den Werdegang der sogenannten leichten Sprache vorstellen und an der einen oder anderen Stelle darauf hinweisen, dass so ein laienlinguistisches Konzept wie die leichte Sprache nicht zwingend intuitiv ist, wenn Sie üblicherweise Ihre Regeln aus Sprachgebräuchen ableiten. Denn sie ist stellenweise sehr restriktiv und die ein oder andere Regel oder Empfehlung ist auch nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Das ist insofern schade, als es gerade, als man Texte in leichter Sprache an Menschen adressiert, die erhebliche Schwierigkeiten haben mit der Verständigung oder mit dem Lesen. Und auf einzelne dieser Aspekte würde ich heute sehr gerne eingehen. Andere würde ich allerdings in die nächste Woche schieben, um über Verso und die verständnisorientierte Kommunikation zu berichten. Heute wird es uns erst mal in diesem thematischen Input um die leichte Sprache gehen. Die leichte Sprache, wie wir oder wie Sie sie heute aus dem Alltag kennen, ist ein laienlinguistisches Konzept ein laienlinguistisches Teilhabekonzept. Um die Entwicklung nachzuvollziehen, reicht es aus, wenn wir uns einzelne Gesetzesaspekte anschauen, die dazu geführt haben, dass die leichte Sprache heute aus dem öffentlichen Raum nicht mehr wegzudenken ist oder zumindest andere Varietäten, die leicht verständlich sind. Denn es geht hier im Wesentlichen um die Ermöglichung von gesellschaftlicher Teilhabe durch die Absenkung sprachlicher Barrieren, aber eins nach dem anderen. Zunächst müssen wir wissen, dass die leichte Sprache, die wir in Deutschland etabliert haben oder die etabliert worden ist durch das Netzwerk Leichte Sprache, auf eine Bewegung zurückgeht, für die Sie hier ein Beispiel sehen. Das ist die Easy-to-Read-Bewegung mit dem entsprechenden Logo. Das heißt, es ist also eine europäische Bewegung, die mehr Teilhabe fordert. In Deutschland selbst wird 2002 das Behindertengleichstellungsgesetz, das BGG, verabschiedet und 2006 schließt man, wird die Behindertenrechtskonvention der Vereinigten Nationen veröffentlicht. Hier heißt es explizit, es muss Menschen mit Behinderung der Zugang zu den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und Systemen einschließlich des Internets ermöglicht werden und diese Optionen sollen entsprechend durch die Gesetzgeber gefördert werden. Dem kommt der Bund 2011 erstmals nach in der sogenannten Barrierefreie Informationstechnikverordnung, kurz BITV 2.0. Schon der Name ist nicht barrierefrei, allerdings geht es auch hier darum gar nicht. Und in dieser BITV 2.0 sind zentrale Aspekte ausgehend vom sogenannten Web Content, von der Web Content Accessibility Guideline ausgeriegelt, in der es um Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit geht. Und Sprache spielt da eine nicht Hauptrolle, eher eine nebengeordnete Rolle, aber es sind schon wesentliche Prinzipien angelegt, die dann später auch in der leichten Sprache eine große Rolle spielen werden. Ich würde einzelne dieser Aspekte jetzt einmal durchgehen, weil Sie dann sehen werden, dass in der BITV 2.0 schon zentrale Prämissen dieser künstlichen Varietät angelegt sind, die Sie heute im öffentlichen Sprachgebrauch immer noch sehen. Für die Bereitstellung von Informationen in leichter Sprache heißt es da in Anlage 2 Teil 2, im Internet oder Intranetz gelten die folgenden Vorgaben. Abkürzungen, Silbentrennung am Zeilenende, Verneinungen sowie Konjunktiv-Passiv-Genitiv-Konstruktion sind zu vermeiden. Die LeserInnen sollten, soweit inhaltlich sinnvoll, persönlich angesprochen werden. Das ist ein Prinzip, das wir heute noch vorfinden. Begriffe sind durchgängig in gleicher Weise zu verwenden, das heißt Synonyme sind zu unterlassen. Es sind kurze gebräuchliche Begriffe und Redewendungen zu verwenden, abstrakte Begriffe und Fremdwörter sind zu vermeiden oder mithilfe konkreter Beispiele zu erläutern. Zusammengesetzte Substantive, also das heißt so etwas wie barrierefreie Informationstechnikverordnung, sind durch Bindestrich zu trennen. Das ist der berühmt-berüchtigte Durchkopplungsstrich mit Binnen-Großschreibung, für den die leichte Sprache lange Zeit berühmt-berüchtigt war. Es sind kurze Sätze mit klarer Satzgliederung zu bilden, Sonderzeichen und Einschübe sind in Klammern zu vermeiden, gleichsam Parenthesen könnte man ergänzen. Inhalte sind durch Absätze und Überschriften logisch zu gliedern, zu strukturieren. Aufzählungen mit mehr als drei Punkten sind durch Listen zu gliedern. Wichtige Inhalte sind im Text und im Satz voranzustellen. Es sind klare Schriftarten mit deutlichem Kontrast und mit einer Schriftgröße, also mit einer größeren Schriftgröße zu verwenden, in der Regel 120 Prozent des üblichen Wertes. Wichtige Informationen und Überschriften sind hervorzuheben. Es sind maximal zwei verschiedene Schriftarten zu verwenden. Texte werden linksbündig ausgerichtet. Jeder Satz beginnt mit einer neuen Zeile. Der Hintergrund ist hell und einfarbig. Es sind aussagekräftige Symbole und Bilder zu verwenden. Anschriften sind nicht als Fließtext zu schreiben und Tabellen sind übersichtlich zu gestalten. Das sind wesentliche Kernprinzipien, die, das werden Sie sehen, noch heute in den Regeln und Empfehlungen, also eher an den Normen des Netzwerks für leichte Sprache, für leichte technisch nie überprüft worden sind. Das heißt, die Verständlichkeitskriterien oder die Behauptung, dass es sich hierbei um verständliche Texte handelt, die leicht nachvollziehbar sind, sind im Wesentlichen in großen wissenschaftlichen Studien nicht erbracht worden zu dem Zeitpunkt, als man das BETV 2.0 veröffentlicht hat. Vielmehr noch ist es anzunehmen, dass große Teile dieser Verordnungen aus der Easy-to-Read-Bewegung übernommen worden sind. Allerdings muss man da wissen, dass sich deren Regeln eben auf andere Sprachen bezogen und nicht auf das Deutsche. Sei es drum, schauen wir weiter. Der wichtigste gesetzliche Rahmen, in dem wir uns heute bewegen, ist das Bundesteilhabegesetz, BTHG, das in vier Stufen seit 2017 in Kraft tritt und 2023 in der letzten Stufe in Kraft getreten sein wird. Wir sind im Moment jetzt in der dritten Stufe, die seit 2020 gilt. Und hier geht es darum, dass der Gesetzgeber auf Bundesebene die UN-Behindertenrechtskonvention nach und nach umsetzt, um Menschen mit einer Beeinträchtigung einen Zugang oder eine Teilhabe zum öffentlichen Leben zu gewährleisten, dem eine barrierefreie Kommunikation oder barrierefreie Information ermöglicht wird. Und entscheidend ist der 1. Januar 2018. Seit diesem Zeitpunkt sind alle Bundesbehörden verpflichtet, Menschen mit geistigen und seelischen Beeinträchtigungen, Bescheide, Allgemeinverfügung, Briefe, öffentlich-rechtliche Verträge, Vorträge und so weiter und so fort in einfacher, verständlicher Weise entweder zu erklären oder, wenn nötig, auch in Form einer schriftlichen Übertragung in Leichtsprache bereitzustellen. Das Ganze ist seit dem letzten Jahr noch einmal dadurch verschärft, dass Sie Inhalte, die nicht barrierefrei sind, also zum Beispiel PDS, nicht mehr ins Netz einstellen dürfen. Und das Ganze zwingt öffentliche Behörden dazu, jetzt in einem sehr schnellen Tempo aufzuholen im Hinblick auf barrierefrei. Sie haben das vielleicht an der Webseite der Technischen Universität Dresden gesehen, dass wir seit wenigen Tagen einen zentralen Auftritt auf der zentralen Plattform haben, der barrierefrei gestaltet ist. Und im letzten Jahr konnten wir mit Verso einen Piloten umsetzen, indem wir den Bereich GSW barrierefrei vorgestellt haben. Das alles sind Maßnahmen, die nur denkbar sind vor dem Hintergrund der in Kraft tretenden Stufen des Bundesteilhabegesetzes. Aber kommen wir zum Thema Leichtesprache, denn darum soll es uns hier ja im Seminar gehen. Und der prominente Vertreter, der für die Durchsetzung der Leichtesprache im öffentlichen Raum verantwortlich ist, ist das Netzwerk Leichtesprache, das auch für die Prüfung der Inhalte verantwortlich zeichnet. Und ich würde ganz gern mit Ihnen einen Blick werfen darauf, was das Netzwerk für Leichtesprache unter Leichtesprache versteht. Leichtesprache heißt es auf der Webseite ist eine sehr leicht verständliche Sprache. Man kann sie sprechen und schreiben. Leichtesprache ist vor allem für Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch für andere Menschen, zum Beispiel für Menschen, die nur wenig Deutsch können. Für leichte Sprache gibt es feste Regeln. Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten haben die Regeln gemeinsam aufgeschrieben. Wenn man sich das Ganze genauer anschaut, lassen sich folgende Prämissen herausarbeiten. Zunächst Leichtesprache ist eine sehr leicht verständliche Sprache. Das ist das Wichtigste. Leichtesprache ist für medial mündliche und schriftliche Kommunikation geeignet. Leichtesprache ist fest geregelt, das heißt preskriptiv normiert. Und Leichtesprache ist ein Teilhabeprojekt. Ich werde in der nächsten Woche auf diese Aspekte noch einmal gesondert eingehen. Nur so viel sei jetzt schon gesagt. Es ist mitnichten so, dass klar ist, dass Leichtesprache eine sehr leicht verständliche Sprache sei. Das werden Sie gleich an einzelnen Regeln sehen, für die ich einige Beispiele geben möchte, die dann zu problematisieren sind. Ob die medial mündliche und schriftliche Sprache identisch sei und deswegen nach denselben Normen behandelt werden sollte, ist bestenfalls fraglich, wenn etwas fest normiert ist, preskriptiv, ohne an Sprachgebrauchsregeln orientiert zu sein, läuft man Gefahr, eine künstliche Varietät zu etablieren, die sich nicht an den Entwicklungen der Standardsprache orientiert und deswegen als eine Varietät in ihrer Künstlichkeit auch als solche wahrgenommen wird. Und damit ihr auf Ablehnung stößt, als zum Lesen zu ermuntern oder diejenigen, die die Sprache gebrauchen und verwenden, nicht zu stigmatisieren. Zentral, Leichtesprache ist ein Teilhabeprojekt. Über diesen Aspekt der Teilhabe als einer ganz zentralen Voraussetzung habe ich in der letzten Woche schon gesprochen. Gehen wir doch mal auf einzelne Aspekte ein, die in diesen Normen, also Regeln festgeschrieben sind. Zunächst einmal erinnern Sie sich zurück an das BITV 2.0. Benutzen Sie einfache Wörter, schreiben Sie keine Abkürzungen, vermeiden Sie Redewendungen, das ist neu. Vermeiden Sie hohe Zahlen, schreiben Sie kurze Sätze, schreiben Sie alles zusammen, was zusammengehört, das ist auf den Inhalt bezogen. Lassen Sie genug Abstand zwischen den Zeilen, machen Sie viele Absätze und Überschriften, benutzen Sie Bilder. Bei allen diesen Aspekten ist durchaus fraglich, was sich dahinter verbirgt. Was sind einfache Wörter? Sind sie kurz? Sind sie lang? Sind sie einsilbig? Sind sie dreisilbig? Sind sie aufgrund ihrer Struktur der Artikulation leicht oder schwer oder einfach oder schwer? Was ist überhaupt einfach in diesem Kontext? Was spricht gegen übliche Abkürzungen? Was spricht gegen Redewendungen, wenn sie fest konventionalisiert sind? Also wenn man sie tatsächlich gelernt hat zu den Zahlen, damit bin ich einverstanden. Was sind kurze Sätze? Acht Wörter, zehn Wörter, zwölf Wörter, fünfzehn Wörter? Wer weiß das schon? Parenthesen, Hypotaxen, wie gehen wir mit Parataxen um und das Verhältnis von Über- und Unterordnung? All das bleibt hier ungeklärt und wird auch tatsächlich in letzter Konsequenz nicht besser. Das sind die Kurzregeln. Die wichtigste Regel ist, leichte Sprache ist ein Teilhabeprojekt. Lassen Sie den Text immer prüfen. Prüferinnen und Prüfer sind Menschen mit Lernschwierigkeiten. Nur Sie können wirklich sagen, diesen Text kann ich gut verstehen. Was Sie wissen müssen, ist, dass Netzwerk leichte Sprache, wenn sie von Prüfungen eines Textes spricht, davon ausgeht, dass es meist eine feste Prüfgruppe gibt von drei bis vier Gewerkspersonen, die sich erstens nicht nur in den Gebrauch und in das Lesen einüben und daran besser werden, sondern auch nicht den Querschnitt der Menschen mit Beeinträchtigungen darstellen oder den geforderten Querschnitt, dass es für alle Menschen sei, auch wenn sie gerade erst Deutsch lernen. Das ist höchst problematisch, denn Menschen mit Migrationserfahrung lernen Deutsch nicht als Zielvarietät wie ein Mensch mit einem Intelligenzalter zwischen sechs und zwölf Jahren, sondern bestenfalls als Durchgangsvarietät. Und auf diese Fragen werden wir noch zu sprechen kommen. Also Problem der Beteiligung, der Teilhabe und der Prüfung der Texte in leichter Sprache, seien hier schon mal benannt. Damit müssen wir uns nächste Woche beschäftigen. Schauen wir aber noch mal ganz genau auf die einzelnen zentralen Bereiche, die das Netzwerk regelt in der Verwendung der künstlichen Varietät leichter Sprache. Einige haben wir uns jetzt hier schon angeschaut, benutzen Sie einfache Wörter, benutzen Sie Wörter, die etwas genau beschreiben. Benutzen Sie bekannte Wörter, verzichten Sie auf Fremdwörter und Fachwörter, erklären Sie schwere Wörter. Das ist ein wichtiges Prinzip, in dem man durchaus folgen sollte. Benutzen Sie immer die gleichen Wörter für die gleichen Dinge. Kein Synonymgebrauch macht einen Text im Lesen sehr monoton. Also sicherlich ist damit eine Information vermittelbar, aber damit verschließen Sie faktisch den Zugang etwa zu literarischen Texten und literarischen Bearbeitungen oder zur Ästhetik von Texten generell, was sehr, sehr schade ist. Benutzen Sie kurze Wörter, selbes Thema wie einfache Wörter. Benutzen Sie Verben, das heißt vermeiden Sie Originalstil und vermeiden Sie Redewendung und bildliche Sprache als Metapher. Also man konzentriert sich hier auf die Aspekte von Virtual und Morphologie. Wenn Sie sich interessieren dafür, welche Wörter wie wann erklärt werden können, darf ich Ihnen Huraki, das Wörterbuch für leichte Sprache empfehlen. Das ist mittlerweile eine Instanz im Netz, wenn Sie sich um leichte Sprache kümmern. Die Quelle ist angegeben, orientieren Sie sich da, das wächst, bestätigt und ist seit Jahren in der Entwicklung und Weiterentwicklung. Es gibt auch einen Blog dazu, das regelmäßig über Neuentwicklungen im Bereich der verständnisorientierten barrierefreien Kommunikation berichtet. Nur hier ein kurzer Seitenausblick auf dieses Thema. Können wir auch gerne im Seminar einen Blick drauf haben. Gehen wir weiter. Die Normen umfassen des weiteren Syntax und orthografischen Normen. Und jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch. Benutzen Sie aktive Wörter, also verwenden Sie auf das Passiv. Gegenfrage, was ist mit dem Zustandspassiv? Der See ist zugefroren. Ist das ein Perfekt oder ein Passiv? Interessante Frage. Wenn Sie passiv von vornherein ausschließen, wird sich Ihnen diese Frage nicht stellen müssen. Daneben vermeiden Sie den Genitiv. Hier ist der Besitz anzeigende Genitiv gemeint unter einer Ersetzung durch die von Periphrase. Das sorgte in sprachkritischen Kreisen jahrelang für Belüstigung. Vermeiden Sie den Konjunktiv. Hier ist gemeint der Konjunktiv und Modalkonstruktionen. Benutzen Sie positive Sprache. Soll heißen, vermeiden Sie Verneinungen. Schreiben Sie Zahlen, so wie die meisten Menschen Sie kennen. Vermeiden Sie Aldi-Jahrszahlen. Vermeiden Sie hohe Zahlen und Prozentzahlen. Fragen Sie bei Zahlen, Zeit und Datumsangaben die PrüferInnen. Das ist sehr wichtig. Schreiben Sie Telefonnummern mit Leerzeichen. Das ist besser für die Segmentierung. Sowieso sind die Wortabstände einer der zentralen Aspekte für die Verständlichmachung von Texten. Vermeiden Sie Sonderzeichen. Schreiben Sie kurze Sätze. Eine Aussage pro Satz. Und meine Lieblingsregel ist, benutzen Sie einfachen Satzbau. Subjekt, Prädikat, Objekt. Wir werden uns im Seminar den Spaß machen, dass wir uns Texte, die offiziell durch das Netzwerk geprüft, genehmigt und zertifiziert sind, auf die Satzgliedstellung prüfen. Denn Sie müssen wissen, es gibt im Deutschen eine Besonderheit. Wir können Adverbiale ins Vorfeld, also in die außerhalb der linken Satzlammer stellen, von Ihnen aus gesehen, ins Vorfeld. Und im Vorfeld tatsächlich können Sie zum Beispiel Temporal- und Lokalabverbiale unterbringen. Beispiel, freitags gehe ich schwimmen. Dieser Satz, gut verständlich, auch von Menschen der primären Zielgruppe, wird hier durch die Norm ausgeschlossen. Denn er wurde gegen den einfacher Satzbau SPO verstoßen. Das nächste, dass die Regeln oder die Normen des Netzwerks beziehen sich auf komplette Texte. Also sprechen Sie Leserinnen an, vermeiden Sie Fragen, schreiben Sie alles zusammen, was zusammen gehört. Das heißt, inhaltlich. Und Sie dürfen einen Text beim Schreiben in Leitersprache so verändern. Die Inhalte müssen aber stimmen. Das bezieht sich auf den leidigen Übersetzungsbegriff. Das heißt, die Vorstellung davon, dass man irgendwelche komplexen sprachlichen Konstrukte in Leitersprache übersetzen könne. Dieser Begriff hält sich bis heute hartnäckig in der öffentlichen Debatte über Leitersprache. Und es ist unglaublich schwierig, sich hier zu positionieren, denn es gibt noch die sogenannte Translationswissenschaft, die sich durchaus mit Übertragungen beschäftigt und mit der Frage der adäquaten Übersetzung. Die Schnittstelle bilden, das ist am Dolmetschen angelegt, wenn es darum geht, Texte so zu übertragen, dass sie nicht übermäßig den Ursprungsgehalt verlieren. Deswegen ist es sinnvoll, auch im Sinne eines Teilhabeprojektes darüber nahezudenken, dass man mit der primären Zielgruppe, das heißt mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, eigene Formate entwirft. Und diese eigenen Formate müssen mit dem Ursprungstext so wenig zu tun haben, dass es im Wesentlichen nur noch darum geht, dass man einen gemeinsamen Fokus, einen gemeinsamen Inhaltsschwerpunkt in den Blick nimmt, aber nicht mehr einen Text eins zu eins überträgt. Wir laufen jetzt auf die Bundestagswahl 2021 zu und Sie können sich die Wahlprogramme in leichter Sprache jetzt schon mal anschauen. Die sehen aus wie die kleinen Schwestern der großen Parteiprogramme, weil sie einfach übersetzt sind. Wie viel einfacher wäre es, in einem partizipativen Prozess ein eigenständiges Format zu entwickeln, das die Akzente auf die zentralen Fragen richtet und nicht darauf, dass möglichst alles adäquat aus dem längeren, komplexeren, vermeintlich schwereren Text übertragen worden ist in leichte Sprache. Und zum Schluss wäre es nicht schön, wenn wir einen gut verständlichen Text für alle hätten, also den alle gut verstehen könnten. Auch die Frage muss man schlussendlich stellen, wenn man sich mit leichter Sprache auseinandersetzt. Das Ganze überspringe ich jetzt mal schnell. Das sehen Sie nachher auch in der Präsentation. Hier geht es um Layoutfragen, wie Absätze und Überschriften geregelt werden sollen, wie Hervorhebungen funktionieren sollen, wie Kontrast geregelt wird. Das ist im Wesentlichen an der BITV 2.0 orientiert, das heißt einer sehr alten Standardnorm. Ich möchte Sie nur ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie für die Lesbarkeit eine serifenlose Schrift verwenden sollten. Darin sind sich alle Regelwerke einig und das wird auch wer so bestätigen. Das heißt, schon der Gebrauch einer serifenlosen Schriftart verbessert die Lesbarkeit der Texte massiv. Zur Bildwahl benutzen Sie Bilder, benutzen Sie scharfe und klare Bilder, benutzen Sie Bilder nicht als Hintergrund. Das ist eine zentrale Empfehlung, das kann man aber auch unterschreiben, wenn man nicht Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung adressiert. Was zentral ist, dass ein Kriterium hier primär gesetzt wird, das eigentlich für die Zugänglichmachung von Texten gar nicht das entscheidend ist. Die Bilder, die tatsächlich hier genutzt werden sollen, sollen Ankerpunkte darstellen, um eine Orientierung im Text zu erleichtern. Das heißt, es sind Hilfsmittel, Findepunkte, die verständlich machen sollen. Wozu Sie Bilder aber einsetzen können, ist, um LeserInnen emotional in Beschlag zu nehmen, also für einen Text zu interessieren, also sie überhaupt zum Lesen zu bringen, zu animieren. Und wenn Sie diese erste Schwelle überschritten haben, dann ist auch die Bereitschaft da, sich länger mit einem Text auseinanderzusetzen und auch bei den partizipativen Umgebungen, in denen wir zusammengearbeitet haben, in Teilhabeprojekten, es geht immer um die erste Schwelle, der erste Schritt ins Museum. Der erste Schritt, ein Buch zu nehmen und aufzuschlagen. Und Sie haben wenig Zeit dafür, um Menschen von ihren Inhalten zu begeistern. Und die müssen Sie nutzen und dafür sind Bilder wichtig. Also weniger als Krücken zur Verständlichkeit von Texten, sondern als Aufmacher, als Augenöffner, als Aufmerksamkeitsfänger gewissermaßen für ihre Inhalte. Das ist zentral. Okay, was macht leichte Sprache also im Grundsatz nochmal aus? Leichte Sprache ist ein laienlinguistisches Konzept, das aus verschiedenen europäischen Initiativen heraus in Deutschland im Netzwerk leichte Sprache zu einem Normensystem gebunden wird, das die Ebenen Wortwahl, Syntax, Text, Bildwahl und Layout umschließt und zwar in insgesamt ca. 130 Normen, die die Gestalt von Texten regeln sollen. Das Interessante ist, dass das Netzwerk leichte Sprache sich Veränderungsdiskussionen, also Normanpassungen weitestgehend verschließt und immer für sich aus dem Diskurs heraus behauptet, dass die Normen, die aufgestellt sind, ja nicht so streng seien. Also das heißt, daran muss man sich ja nicht jetzt so zwingend halten. Sie sehen in den letzten Jahren zum Beispiel häufiger, dass sich anstatt des Bindestrichs der Mediopunkt zur Differenzierung von Komposita durchsetzt, ohne Binnengroßschreibung und der zur Segmentierung von größeren sprachlichen Einheiten auch in anderen Kontexten verwendet wird und diesen könne man ja benutzen, denn damit wäre ja der Norm Genüge getan. Das Interessante ist, dass das natürlich eine Haltung ist, die gegen die sich schwer anreden lässt, es sei denn, man steigt aus der Diskussion und dem Reformwillen aus, leichte Sprache weiterentwickeln zu wollen. Denn wenn ich vorhin gesagt habe, es ist ein Teilhabeprojekt, dann habe ich verschwiegen, dass eine Parteiung nicht teilhatte an der Erarbeitung dieser Normen, nämlich Linguistinnen. Unter anderem deshalb gibt es Werso und darauf werde ich in der nächsten Woche mit dem nächsten Input eingehen. Für jetzt, für das Seminar erst einmal, würde ich mich freuen, wenn wir Ihre Themen weiter ausgestalten, die wir in der letzten Woche festgelegt haben oder beinahe zu einer Festlegung gebracht haben. Bin gespannt auf Ihre Anregungen, Ihre Fragen und für alle, die nicht an der Seminardiskussion jetzt gleich teilnehmen, darf ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Hoffe, Sie konnten den einen oder anderen Aspekt mitnehmen. Lassen Sie mir gerne in den Kommentaren eine Bemerkung zur Qualität der neuen Audiotranskription da. Das würde mich sehr freuen. Und für alle bin ich dann ganz herzlich Alexander Lasch und bis zum nächsten Mal. Ciao.